gut dann müssen wir jetzt doch dahinten wow, diese Musik wir müssen jetzt wohl nach dahinten ah, warte mal, warte mal können wir jetzt eigentlich die gefragt Mann na ja, ausrüstend ach du scheiße ey bin doch da hochgelaufen nachher die Niiiice geil Hallo äh, Hallo ich weiß dass ich hab sie gesehen der bogen hat voll ordentlich damage was machst du da ist no good idea my friend ich hab das im gefühl mein freund glaubt mir ich hab das im gefühl bogen die erste oben er meine noch mal pfeil hat Prozent der der Welt Götter will er ja fast untergeballert so hat er hier nicht das Mikro und es tut nicht gut ich werde es herausfinden es sieht sehr blutig aus keine weiteren infos okay dann bitte hier hoch 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 drüben ist nirsch nicht besonders passiert hoch hoch was sich unteren gelaufen halt. So. Ja! Yay! Bäh! Stirb! So, ich klappe erstmal ja alles hier unten ab und dann gehe ich hoch. So. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was? Nicht nur eins. Sie und Nikolai sind aufgehoben. Heilige Scheiße. Hat jemand Boris informiert? Leide die Person für Schiffen. Ich glaube nicht, dass er weiß, was los ist. Scheiße, wenn er erfährt, dass seine Brüder totsehen. Dann möchte ich nicht in deiner Nähe sein. Der Rufensohn wird total ausrasten. Oh, oh! Der fallet den Kopf, Alter! Wichtig! Weit! Bam! Bam! So, lauf, 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 lauf. Auflauf. Geht's irgendwo lang? Außer hier runter ins Wasser natürlich. Bäh. Ich geh hier rüber. Okay, irgendwas ist hier. Da drüben ist Beute. Ich muss also noch da oben. Das ist gut. Da denke ich. Ja! Oh. Frems! Sieben von zehn Minen, Alter. Nice. Geil. Muni, 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 die ich nicht mitnehmen kann. Wandpfeil vielleicht? Nein. Okay, dann ist das leider auch nicht. Schade. Gut, was ist hier drüben? Gib mal her. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Noch zwei Minen, mein Freund, noch zwei. Da hinten habe ich eine gesehen. Fuck. Dann haben wir nur noch eine. Ach, du Schande. Die eine zu finden wird garantiert schwer. Fucking schwer. Hä, wo ist hin? Wo ist hin? Wo ist die Minen? Ich schreibe mir eine Nacht mehr. Ich schreibe mir eine Nacht mehr. Wo ist die Minen hin? Da ist die Mine. Ich sehe sie wieder. Nein. Nein. Ja. Komm, 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 komm. Hä, 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 hä. Wer braucht schon Mine? So, wo muss ich jetzt, wo ich hoch, wo er war, war was, warum hoch? Ah, hier, okay, gut. Jetzt will ich nach der eigenen Mine suchen, verdammt. Ja, ganz kurz zu schauen, ganz kurz zu schauen. Ah, du Schande. Okay, hier ist dann nichts mehr, aber es anders. Wo ist die fucking Minen? Naja, vielleicht sehen wir es ja hier noch. Oh. Hey. Gib mal her. Okay, zack, 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 zack. Vielleicht ziehe ich die Mine von hier aus. Okay, hier sind wir nicht. Ist bestimmt irgendwo da hinten. Könnte ich wetten. Ja, das ist bestimmt irgendwo da hinten. Könnte ich mir gut vorstellen. Beim Das ist leicht blöd jetzt. Fick die Henne. Hehe. Aber nicht für mich. Ich komme trotzdem rein. Zack. So, was haben wir hier? Häh. Was ist wohl dein Besitzer? Was ist dazu gestoßen? Auf dem Schild ist ein Name. Milly. 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 So. Was ist hier? Was zu fressen. Gut. Kann ich da hoch? Komm, ich da. Ich komme da nicht hoch. Ich wollte gerade sagen, ich komme da nicht hoch. Das ist ja. Das ist ja verarscht. Ist doch doch. Haben wir hier noch zufällig, ganz, ganz zufällig nur ein Böhmchen noch irgendwo im Wasser treiben. Ich kann nicht warten, dass es da hinten irgendwo ist. Okay. Okay. Wir müssen also da drüben hin. Okay. Hoppa-die-zack. Wuuuuhu. Wuuuuhu. Das müsste reichen. Oh fuck. Was für Verläufe sagen wir den Vollstrecker. Nur Vollstrecker. Wir sagen, er ist durchgezählt und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen. Details, Mann. Wir finden doch nicht mal seine Leiche. Verdammt, Bruder. Warum musstest du das tun? Er hat seinen Maul nicht gehalten. Hat mich wahnsinnig gemacht. Sonnenkönig in dir, Sonnenkönig in da. Immer nur beten und singen. Unerträglich. So ein Maul hätte gereicht. Ich bin durchgedreht. Das passiert hier ziemlich schnell. Sure, aber du musst das kontrollieren. Halt einfach den Mund wegen der Sache, okay? Klar, klar. Klar, klar. Wärms. Verdammt. Hilfe. Nix Hilfe. Du bekommst keine Hilfe. Sag ich doch. Hörsabela, Hulabela. Oder liegt die Bombe hier unten vielleicht irgendwo? Wovon ich nicht ausgehen würde. Ding, dring, lill, 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 lill. Ein Grab. Hä, wo ist der andere? Ich bin doch im Ducke voll. Das tut mir jetzt aber nicht leid. So, kann ich da bitte rein? Mach auf die Hütte. Oh, was haben wir hier? Die Form dieser Stütze scheint etwas bequemer zu sein. Wenn auch da Blut dran hängt. Keine weiteren Details. Gut. Was? Siebte, 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 siebte. Okay. Ich hoffe, ich komme da auch wieder zurück. Oh, scheiße. Nur schon mal vorsichtshalber, ne? Heißt du Bescheid. So. Ab hier unten durch. Krieg, 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 krieg. So. Das ist hier. Scherout Munition. Hopp. Das ist wohl für den Rückweg dann. Okay. Okay. Da schon mal nicht. Hier lang wohl. Krass. Ja, mach, ja, mach, 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 mach mal auf. Alter. Gut, ja, die normalen Pfeile. Brenne. Klang. Alter, schon wieder 451. Ho, ho, ho. Krabbel. Wo sind die ganzen Kinder hin? Bah. Tjo, tjo, ich überfahre dich jetzt. Ha, ha. Noch ein Name. Vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Die armen Kinder, wo sind die hin? Fängt jetzt das Grab an, oder? Aber das noch. Wird nämlich gerne zum nächsten Speicherpunkt laufen. Oder kann ich so speichern? Ah, wunderschön. Ah, wunderschön. Hm? Okay, ich upgrade immer. Gewehr haben wir ja was. Richtig. Wir haben ja was am Gewehr. Visier und Schalldämpfer. Oder? Ja. Ja. Aber ein Visier, Alter. Auf jeden Fall. Entschuldigung, aber ein Visier muss sein. Bogen. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr genug für den Bogen. Es war schon klar. Fuck. Alter, ein Visier an der Knarre. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden Sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Oh. Oh. Ach, du Scheiße. Was ist das denn hier? Ich setze mich mal ans Lager und würde sagen, das mache ich in der nächsten Folge, denn ich mache jetzt mal eine Aufnahme-Session-Pause. Und deswegen sehen wir uns in der nächsten Episode von Tube Raider. Wenn es heißt, elektrisch geladen. Bis dahin. Tschüss.